Pest-Widerstand auf Maximum Ich kann die Wasserpest nicht haben, ich kann die Eispest nicht haben, ich kann die Donnerpest nicht haben und ich kann Drachenpest nicht haben. Das sind, ich finde Drachenpest sowieso so zum Kotzen manchmal, weil man dann keinen Element Schaden mehr macht, selber. Und das ist richtig nervig manchmal, weil dann bringt es ja gar nicht, dass man überhaupt Element Waffen mitnimmt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Hälfte der anormalen Status weg, das heißt, ich kann die gar nicht kriegen. Das ist voll geil, weil ich muss dann voll selten trinken. Direkt ein Short, geil. Oh, es fängt schon wieder hart an. Was? Ich bin irgendwo anders. Ich kann erstmal Förderplatz machen. Ach, Digga, Mantel sind zwei Sips. Ne, drei Sips. Scheiße, ich habe Vita-Trank genommen. Gleich mal zwei Sips. Vita-Link. Nein, Coco! Mh. Andi, hast du den Buff bei Jesus drin? Vielleicht. Ja, der ist drin. Ich habe gerade, ich habe vergessen aufzunehmen. Ich habe nur mit Handy-Kamera aufgenommen. Und ich habe gerade so einen komischen, wow, Coco, nein, sei vorsichtig damit. Äh, wir können abhauen. Geh gleich hier. Oh nein, Gebietwechsel, drei Sip. Mh. Wieso? Aua. Warum? Was macht er hier? Lauf! Oh, damn. Oh Gott, was mache ich denn? Ah, der Ratschank kommt einfach hinterher. Alter. Oh nein, da wechselt der Tigrex gleich wieder das Gebiet. Da muss er wieder sippen. Äh, ich glaube, das tut er gerade. No, ho, ho. Oh, leck mich doch. Oh, der schon wieder ab? Mhm. Kann ich ihn gegen den Baum hier hauen? Ja, geil, der kleine Baum. Oh nein, meine Schleuder ist leer, drei Sip. Scheiße. Also ich war zum Glück hinter dem Frosch. Alle liegen einfach nur da, alle K.O. Oh, damn, dein Leben. Nein, Koko. Oh, alter. Kann mir ausweichen. Scheiße. Ja, das ist doch wohl ein Short. Alter, Koko, aua. Koko hat mich beinahe geheilt. Jetzt muss ich mich trotzdem heilen. Äh. Ein Anzack. Oh, scheiße. Moment, nein. Ich sippe einen Trink, einen Drunk, einen Trank für mein Bier versteckt. Lieber einen Trank als eine Vitalitäts-Wespe. Der kostet weniger. Lieber einen Tauboffen da hat eine Stumme in der Kiste. Oh, shit. Au. Oh, das ist kritisch hier. Wir haben übrigens nur drei Leben, ne? Ja, besser als zwei. Ja, das erste ist schon weg. Ich mag beim T-Rex gar nicht, wenn du einmal in der Kombo bist. Du kannst seinen Angriffen, seinen Drehangriffen nicht ausweichen. Du musst die blocken. Aber ich kann das auch absolut gar nicht ausweichen. Ding nicht. Deshalb finde ich den T-Rex auch so schlimm. Deshalb habe ich bei dem auch eine Schildwaffe. Weil, aber das Problem ist, wenn ich in der Kombo bin, ich kann fast nicht aufhören und dann blocken. Bis ich realisiere, dass er sich gleich dreht. Schon zu spät. Oh, er geht. Das waren drei Reime. Und keiner davon war Absicht. Oh mein Gott. Oh, oh. Au. Alter, wie ein Boss weggedotcht. Ich kann auch nicht. Ich so, oh, oh. Fliegt davon. Nein, Guck, und ich heil... Oh, zwei Zip. Wupp. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Jump Attack machen und ich habe mich einfach nur ins Wasser geworfen. Mit dem Gesicht voraus. Weg hier, Andi. Oh, da ist Loot. Oh, scheiße. Ich bin da nicht weg. Gebietwechsel, 3 Zip. Oh, shit. Ups. Locken. Boah. Damn, ey. Andi, alles gut? Yo, wow. Hahaha. 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 Yo, wow. Ich denke mir auch so, yo, wow. 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 Oh, moin. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Okay, ich brauche einen Zip. Ah ja. Uuuuh. Ich bin los mit dem. Okay, er hat nicht gereicht. Er schläft. Oh, fuck. Er ist wach. Hahaha. Hahaha. Alter. Katja ist wieder da. Was? Katja ist wieder da. Oh, scheiße. Deswegen sind wir noch im Kampf. Hahaha. Äh. Lauf! Oh, das ist Rathian. Der Ratsang ist da oben. Ah, Gebietwechsel. Fuck. Schon wieder 3 Zip. Alter, ich schwöre. Ich hab das Spiel gerade erst aufgemacht. Schon wieder halb leer. Na, hallo Rathian. Schieß Rathian. Ja, T-Rex haut wieder ab. Alter, sind schon wieder 3 Zip. Auf. Hahaha. Meine Fresse. Und ich muss da noch den Shot nachfüllen. Irgendwann. Immer nur am Abstürzen. Da, sei blind. Oh, direkt in seine Fresse. Ja, Alter. Geil. Gehre. Danke, Mann. Der war awesome. Vorsicht. Bursch. Alles gut. Nice. Hast du noch ne Bombe? Äh, ne Falle? Ja, hab ich. Cool. Ich auch. Aber die Fallgrube ist schwerer zu treffen, weil die so lange zum Aufladen braucht. Okay. Einfach mitmachen. Nicht fragen. Nur mitmachen. Äh, ist übrigens Gebietwechsel. Das sind nochmal 3 Zip, bevor wir gewinnen. Oh, nein. Oh, je. Das ist ne gute erste Jagd. Wir haben's tatsächlich geschafft. Wir sind nur einmal gestorben. Ja, war okay. Was denn, Alter. Die ganze Zeit triffst du da an. Verdammt. Oh, ich hab auch was gefunden. Ich hab auch was gefunden. Nova-Kristall. Wow. Oh, noch was. Was? Auch ein Nova-Kristall. Nein, die kommt zurückgesprintet. Was? Was hast du da? So voll begeistert. So, was? Geil. Oh, nein. Meine maximale Ausdauer ist gesunken. Grad eben. Grad eben. Wie viel sind das? Das sind 2 Zip. Ja, der hat ja einen Totentum. Mhm. Trotzdem, wir haben noch nicht gewonnen. Meine maximale Ausdauer ist gerade eben gesunken. Nein, wir gehen ja schon wieder weg, Alter. Das ist ein Gebietswechsel. Es sind wieder 3 Zip. Oh, Alter. Der triggert uns doch komplett. Haha, was wäre ein Hurenzun, Alter. Hahaha. Oh, krass. Liegt der jetzt mal? Ja, endlich. Nein. Wie. Geil. Okay. Nice. Hey, war das nicht, war das nicht einmal, als wir gejagt haben, wo du aus Versehen auf die Taste gedrückt hast? Oder? Was? Das war doch, glaube ich, sogar beim Biermoth, oder? Ja, ich glaube, der kloppt auf dich ein. Du stirbst fast und du so freut mich, dich kennenzulernen. Und so hast du es voll gespammt. Ich glaube...